Hallo und herzlich willkommen zu der Höhlentour. Mein Name ist Höhlenforscher Fred. Bei mir ist der Schock, das ist mein Expeditionsleiter. Guten Tag. Und da vorne ist die Ogami, na und wir schauen jetzt mal die Höhle an von den Ureinwohnern. Hörst du nicht lange durch mit dem Sprachstil? Ne man, natürlich hallo und herzlich willkommen zurück zu The Stopping Land. Und wir machen eine kleine Höhlenexpedition. Wir haben uns gedacht mit drei Fackeln sollte es eigentlich hell genug sein, damit wir auch was sehen. Ich mein ich hab's ja schon in einem anderen Video gesehen, wo man langlaufen muss. Ich weiß, ich bin Cheater. Ich weiß jetzt zum Beispiel hier müssen, dann schaut euch dieses an. Hier müssen wir nach links, hier müssen wir nach links eigentlich, aber egal. Ne. Weil da verlaufen sich immer alle. Gibt's ne Runenplatte und ganz viele Kräuter. Ja aber auf dem Rückweg müssen wir da nochmal hin, weil da gibt's auch noch ne Runenplatte da hinten links. So. Schauen wir mal. Zum Glück gibt's hier keine Dinos, Alter. Oder so Riesenspinnen oder so nen Scheiß. Das kommt vielleicht noch. Das wär übel, Alter. Oder die Kannibalen von The Forest, wa? Hehehe. 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 der ganz großen Abteilung von der Höhle. Sonst könnten wir ja nicht mit Fackel rumrennen. So, wo rennt Okami lang? Ach, sie kommt. Also ich muss zugeben, ich kenne jetzt also nur die eine Ruhenplatte. Die, die du meintest, ich weiß nicht wo die ist. Ja, dann kommt mal mit. Komm mal mit. Ok. Es gibt hier zwei drinnen. Ich glaube sogar drei insgesamt. Wenn ich mich noch recht entsinne, ich bin mir aber auch nicht sicher. Ja genau, war das hier? Ja, kommt doch hierher. Ja, ja, jetzt schwimmen, oder? Ja, genau. Warte, da hattest du den Pflanzen rüber. Und da ist auch noch ein Kreis, oder? Ja. Ok, so. Den zwar nicht, aber ich vertraue dir mal. Man muss hier diese Sträge hoch, hier. Na, warum geht denn das jetzt nicht? Komm schon. Ich bin auf einer Sträge. Irgendwo war ich hier, hier ist er. Hier. Ja. Oh, bleib doch mal stehen, du scheiß Dino, ey. Ja, siehste. So, es ist jetzt ein bisschen trickier, wieder da hochzukommen, wo die Fackeln sind. Und zwar musst du rechts an der Seite. Ja, genau da. Leuchte euch mal. Genau. Perfekt. Das wusste ich nicht, aber das ist echt gut. Ja, hier komm Okami. Hier hoch. Komm schon. Ich kann nicht mehr aufmauen. Was ist denn das für ein scheiß Dino? Ja, perfekt. Was hast du von Dino? Den nehme ich schon mal nicht, den du hast. Kanu. Ah. So, komm. Der war nicht verpackt. Der war nicht verpackt. So, jetzt hier lang. Achso, warte mal. Wir müssen erstmal hier rüber. Schwupps. Bist du wieder abgesoffen, oder was? Ja, ich bin die Stelle langgelaufen, wo du langgelaufen bist. Und deiner sei witzigerweise nicht ab. Ach, ich hab ein U-Boot. Äh, kommt man hier wieder rüber? Ich weiß es nicht. Alter, ey. Ich kann einen neuen Kanu suchen. Ja, kann man. Ne, ich würde auch einen neuen suchen. Können wir wieder zusammensuchen gehen. Ja, super. Echt scheiße, ey. Wir haben einen Faktel weniger. Ranziges, oberkackes Spiel. Ja, egal. Äh, ok. Hier kommt man nicht wieder hin. Egal. Ähm. Lass mich mal überlegen. Oh. Warte mal. Ich glaub hier lang. Und. Ich bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher, wo wir jetzt überhaupt sind. Wir wollten ja ein Abenteuer haben, ne? Ja, genau. Abenteuerhöhle. Impliziert das Abenteuer nicht. Hier nicht lang, hier nicht lang, nicht da lang. Sonst rutschst du da runter und dann bist du im Wasser und kommst da nicht mehr raus. Ungünstig. Naja. Schwierig. Irgendwo war noch einer. Ah, warte mal. Da unten sind Pflanzen. Oder waren wir hier schon? Ah. Ah, ich wusste doch. Hier war noch irgendwo einer. Sehr cool. So, jetzt können wir nämlich hier auch weiter gehen. Ähm, wo war denn das? Oder mussten wir da oben lang? Warte. Hm. Man konnte irgendwo die Fackeln ablegen. Und dann konnte man rausschwimmen. So wie bei unserer Höhle, weißt du? Aber ich weiß leider nicht genau, wo diese Stelle ist. Weil hier geht's ja runter und dann ist da ja Wasser, wenn ich... Oder? Ja. Hier ist man komplett... Nee. Hä? Ich weiß nicht, wo das war. Egal, dann führ uns jetzt wieder raus. Das ist leicht gesagt, ja. Warte. Erstmal hier wieder zurück, ne? Nee. Da nicht. Hier oben. Hier lang. Glaube ich. Hier lang. Ja, hier lang. Schade, dass man nicht so Höhlenmalereien hinterlassen kann, oder? Wann ich... Ich muss nicht hier lang? Ah, schwierig. Ähm, da lang, oder? Oder? Nee, ach, hier war wieder das Wasser. Oh, ja. Also waren wir hier, ja, genau, genau. Okay, und dann? Wer rettet denn damit ein Hühnchen? Ja, keiner von uns. Wir sind in der Höhle. Alles klar, dann auf ihn. Gib ihm. Oh. Sackgasse. Nee, hier, 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 hier. Hier war der weg rüber. So, dann mussten wir hier, glaube ich, hier nach rechts. Oh. Das ist jetzt, ah, nein, warte, anderes rum, oder? Ich glaube, irgendwie, ja. Oh. Hoppala. Äh, hier geht's aber auch nicht weiter. Wo sind wir dann gekommen? Hier ist irgendwas, oder? Aber an die Stelle kann ich mich nicht entsehen. Ja, ich auch nicht. Schwierig. Oh, hier ist noch eine Pflanze. Aber eine Sackgasse. Testament hast du schon mal geschrieben, oder? Äh, ja. Auch an der Höhlenwand gemalt? Ja. Gut. Nee, noch nicht, danke. Hä? Der Fug? Hier sind wir hinzugelaufen, oder? Der steht am Lager mit dem Kanotaurus. Komm. Warte mal, ja, jetzt weiß ich, wo wir sind. Ja, 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 alles cool. Ah, ich weiß, ja, 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 ich weiß auch. Jetzt kommen wir wieder zu den Pflanzen, zu dem anderen Runenkreis. Genau. Bleib mal bitte drauf sitzen. Hier ist es, wo wir schwimmen waren eben. Wenn wir Glück haben, ist der sogar wieder da. Da drüben, auf der anderen Seite, da stehen zwei Leute mit einem Cave. Dann haben wir hier versucht, uns Zipis abzubauen. Warte mal, hier? So, ab jetzt weiß ich den Weg. Nee, andersrum. Ja, warte, geh gleich los. Da lang? Sicher? Ja. Warte mal, Okami fehlt. Ja, okay, jetzt. Ich kann doch mal auf, bitte. Ich kannte halt nur die eine Plattform. Was? Ist dein Dino tot? Mein Dino ist tot, ja. Leg dich mal hin. Ja, ich warte, ich hab hier noch. Wird unser Dorf gerade angegriffen, oder was? Ja, hier waren zwei Typen, aber ich brauchte nur mit einem Kano-Tor auf den Deckel kommen, die sind losgerannt. So, ich liege. Mein Kano ist buggy. So, jetzt hier hoch? Ja. So, jetzt einfach weiter ran, dann kommen wir an den See raus und, ja. Ja, aber hier könnte man irgendwo die Fackeln, ja genau, die legt man hier hin und dann schümmt man einfach zum Ausgang. Sehr schön. Genau, und hier könnten wir eigentlich direkt hier am Ausgang unseren, und hier links, guck mal hier links, komm mal hier hin. Dann muss unser Lager hier aufschlagen. Dann könnten wir hier unser Lager aufschlagen, dann könnten wir immer in die Höhle und alle drei Punkte holen und wieder zurück, weißt du? Ja, warum bieten ein totes Wienchen, nimmer das Fleisch? Ich geh pflanzen. Das stimmt. Warte, ich muss auch noch eine Pflanze holen. Aber egal, lass uns jetzt erst... Ja? Ob wir erstmal zum Lager gehen und das abbauen, oder wenn wir einmal unterwegs sind und es nachts ist, wir lassen schön Dino suchen. Wie nur die zweite quasi. Hier sind zwei Pflanzen. Und, hey, Kreis, komm rein, komm rein. Warte mal. Sie baut schon erstmal... Sie fängt schon an. Das in Köln, 20. Links. Ich finde die Faszination Dino-Reiten ja immer noch so sehr verlockend. Gerade wenn wir jetzt noch ein Video drin... Ja, sie würde sich doch am liebsten aufs Gesicht setzen. Von dem Dino. Oh ja. Dino-Reiten. Äh, wo wollen wir denn aber unsere Hütten denn bauen überhaupt? Ich würde sagen, hier dann, oder? Oder warte mal, komm mal her. Ähm. Komm mal mit. Guck mal, hier hätten wir so... Hier hätten wir so eine Felswand im Rücken, weißt du? Ja. Aber auch nicht wirklich groß. Oder wir bauen halt, äh, über der Höhle, so gesehen. Direkt über dem Eingang. Das würde natürlich äußerst ästhetisch aussehen. Aber ob da viel Platz ist? Naja. Komm, hol den Spenster. Guck mal hier. Doch. Hier sollte genug Platz sein, oder? Ja. Um genug Tipis zu bauen. Ich kann mich nicht nur töten, Nicky. Weil hier haben wir da auch einen guten Überblick über Dinos, die uns in den Rücken fallen könnten, etc. Das ist gut. Äh, 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 verschwinden unsere alten Sachen, wenn, wenn wir abbauen? Oder wollen wir uns einfach kurz auslocken und wieder einlocken? Dann sind wir ja hier. Das ist eine super Idee. Machen wir das so. Nicky, wir haben Fleisch. Ja. Könnt ihr beiden anderen auch noch mit? Wohin? Wir locken uns gerade wieder ein. Unsere Tipis werden gleich verschwunden sein. Warum lockte ich ja laus? Weil wir einen sehr guten Punkt gefunden haben, wo wir uns niederlassen können. Einen quasi besseren als der Strand, wo jeder zweite langläuft.